Letztes Kapitel und Epilog Draco Malfoy saß neben Blaise Beanie auf einer der Couchen im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Dumbledores Ansprache war vor ihnen keine Überraschung gewesen, aber sie hatte ihn, obwohl er die Fakten kannte, zutiefst erschüttert. Wenn er sich im Raum umsah, musste er feststellen, dass es den anderen Slytherins offenbar nicht anders ging. Als Dumbledore gefolgt von Slughorn in den Raum kam, hielten alle für einen Moment die Luft an. Der Direktor ließ seinen Blick kurz schweifen, dann nickte er horisch zu, der sich an eine Wand lehnte und nahm sich selbst einen Stuhl. »Nun, ich denke, ich muss das eben Gesagte nicht wiederholen.« begann er. »Mir ist bewusst, dass ihr nicht zu denjenigen gehört habt, die Harry schlecht behandelt haben, aber ich frage euch, ob der einzige Grund war, weil er der Sohn eures Hauslehrers ist.« Dumbledore schwieg einige Momente. Keiner der Slytherins sah ihn an, die meisten sahen beschämt zu Boden oder in eine andere Richtung. »Ich möchte, dass ihr versteht, was Ausgrenzung anrichten kann.« fuhr er fort. »Wie ich schon sagte, ist die Schuld von Professor Snape, nicht kleinzureden, aber jeder von euch hätte einen Unterschied machen können. Nur ein simples, nettes Wort, eine einladende Geste von Seiten seiner Mitschüler, hätte Harry davon abhalten können, das zu tun, was er eben tat. »Ich fordere euch hier noch einmal auf, hinzusehen. Wir sind hier eine Familie und wir werden es bleiben, wenn wir uns wieder auf unsere Werte und unsere Vorstellungen von dieser Welt besinnen. Professor Slughorn wird bis auf Weiteres euer Hauslehrer bleiben und er wird ein offenes Ohr für jeden haben, so wie ich auch. Habt ihr Sorgen, fühlt ihr euch einsam und unverstanden, dann kommt zu mir, zu Professor Slughorn oder geht zu euren Vertrauensschülern. Diese werden wir in den nächsten Wochen noch genauer schulen, damit sie helfen können. Ich weiß auch, dass viele von euch nicht halfen aus Angst, selbst zum Opfer zu werden, aber lasst mich euch eines sagen. Mut ist die Fähigkeit zu sprechen, auch wenn alles in einem nach Schweigen ruft. Die Farbe wird zurückkehren, da bin ich sicher und nun. Schlaft gut und vergesst nicht, niemand ist allein. Schloss Dumbledore und erhob sich. Die Slytherins rührten sich nicht. Der Direktor klopfte Slughorn kurz auf die Schulter, dann ließ er seinen Blick erneut schweifen und blieb an Draco hängen, der mit roten Augen ins Leere starrte. »Mr. Malfoy, auf ein Wort bitte!« Rief er und Draco schreckte auf. Während sich der Gemeinschaftsraum langsam lehrte, ging der Junge zu Dumbledore, der ihn mit auf den Flur nahm. »Ist alles in Ordnung?« fragte der Mann sacht. Draco nickte. »Ja, Sir, es geht schon.« Harry war in den letzten Wochen bei Ihnen, zu Hause, nicht wahr? »Ja, das war er.« »Wie ging es ihm?« »Ähm, anfangs nicht so gut, aber es wurde besser, aber dann...« »Was?« »Ein paar Jungen aus Gryffindor haben ihn... Sie haben ihn in der Toilette des tropfenden Kessels fast ertränkt, und ich... Ich habe es gerade wieder vor mir gesehen, und...« Draco brach ab und versuchte, die bereits wieder aufsteigenden Tränen herunterzuschlucken. Dann spürte er Dumbledores Hand auf der Schulter. »Ich verstehe.« »Seien Sie versichert, dass einer der beiden Jungen aus Hogwarts ausgeschlossen wurde und der andere unter Beobachtung steht. Wichtig ist nun, dass Harry sie... dich... als Freund hat. Das hat er doch, oder?« Sofort nickte Draco und schniefte. Der Direktor zog den Jungen kurz in die Arme, er ihm sagt über die Wange strich. »Alles wird sich finden. Und nun geh schlafen.« sagte er dann. »Danke, Direktor.« sagte Draco leise und Dumbledore nickte, er sich umdrehte und die Kerker verließ. »Harry! Harry, hörst du zu?« Oliver Talbot, Harrys Therapeut seit Januar, sah den Jungen vor sich fragend an. Harry riss sich vom Fenster los. Es war inzwischen Sommer geworden und vor der Tür ließ die warme Sonne die Luft flirren. »Ja, Entschuldigung, wie war die Frage?« sagte er und warnte dem Mann vor sich den Blick zu. »Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du mit deinem Vater in den Urlaub fährst. Immerhin sind bald Ferien.« »Ja, wir fahren für vier Wochen ans Meer nach Frankreich. Zwei Wochen allein und zwei Wochen mit Drake und seinen Eltern.« »Wie fühlst du dich dabei?« »Immerhin wäre es das erste Mal seit Weihnachten, dass du ganz allein mit deinem Vater bist.« fragte Oliver dann. »Keine Ahnung. Ich freue mich drauf. Ich mag es, in Männern zu leben, aber ich denke, wieder allein mit der zu sein, wird nicht so wie vorher.« »Wie war es vorher?« »Einsam«, war alles, was Harry sagte. Oliver kannte ihn nun seit bald sieben Monaten und der Junge hatte große Fortschritte gemacht. Inzwischen ging der Kindertherapeut nicht mehr davon aus, dass Harry noch Selbstmordgedanken hatte. Er war gefestigt da und nur selten erfasst ihn wieder eine Art tiefe Traurigkeit. Oliver wusste auch, dass Depressionen nicht einfach so verschwanden. Aber Harry war auf einem sehr guten Weg, sie tief in seinem Bewusstsein zu begraben. »Hast du Angst, wenn du an die Schule denkst?« fragte er nun und sah, was den Jungen heute wirklich quälte. »Ich weiß nicht.« »Ja, irgendwie. Ich meine, ich darf nach Slytherin gehen, aber... Aber was ist, wenn es so wird wie vorher und auf der anderen Seite will ich auch diese Blicke nicht?« »Welche Blicke?« »Dieses Mitleid. Manchmal, wenn ich mit Dad in den letzten Monaten in der Winkelgasse oder so war und dann waren da Eltern von Schülern, dann haben die mich immer so angesehen, als wäre ich schwer krank oder so. Das will ich auch nicht,« sagte Harry bitter. »Verstehe. Aber Harry, diese Blicke werden verschwinden und ich weiß, dass du damit gut umgehen kannst. Und ich sag dir noch was. Es wird nicht wie vorher. Die Schüler und auch Lehrer haben daraus gelernt. Auch wenn es sich vielleicht komisch anhört. Aber du hast es geschafft, dass die Schüler sich wieder als eine Familie, eine Gemeinschaft wahrnehmen. »Vielleicht hast du viel mehr Kindern geholfen, als du glaubst.« Schloß Oliver und Harry sah auf. »Ja, vielleicht. Danke,« sagte er dann lächelnd und der Therapeut nickte. »Sicher. Und nun erzähl mal, was macht ihr alles so am Meer?« sagte er dann und Harrys Augen strahlten. »Sie haben Angst, nicht wahr?« Tara Michaels sah Severus fragend an. Dieser rieb sich den Nasenrücken und nickte. »Irgendwie. Es wird das erste Mal seit langer Zeit, dass ich ganz allein mit ihm bin und das über einen längeren Zeitraum.« sagte er. »Was befürchten Sie?« »Eigentlich weiß ich das gar nicht. Wir haben uns in den letzten Monaten neu kennengelernt. Ich liebe ihn und würde alles für ihn tun. Er ist mein Sohn und nichts auf der Welt wird dies ändern. Manchmal gehe ich nachts in sein Zimmer, nur um mich zu vergewissern, dass er noch da ist. In meinen Träumen sehe ich ihn oft auf der Brüstung stehen und... Und jedes Mal wache ich auf, ich ihn retten kann.« schloss Severus seufzend. »Was denken Sie, bedeutet das?« »Sie sind die Expertin, sagen Sie es mir«, sagte Severus lächelnd. Die blonde Frau lächelte nun ebenfalls und setzte sich etwas aufrechter hin. »Sie sollten aufhören, es zu sehr zu versuchen. Sie haben ihren Sohn längst gerettet. Dieser Traum spiegelt nur ihr schlechtes Gewissen wider. Sie sind kein schlechter Mensch, Severus. Sie sind lediglich ein Mensch, welchem Schlimmes widerfahren ist. Genau wie auch Harry. Ja, Sie haben Fehler gemacht, viele Fehler. Aber wie ich Ihnen schon häufiger sagte, werden Sie an diesen wachsen. Und das sind Sie bereits. Sie haben vergeben, Ihrem Vater, Ihrer Mutter, James Potter. Und nun sollten Sie beginnen, sich zu vergeben. Ihr Sohn hat es längst. Sie werden diese Ferien genießen und Ihre Beziehung wird weiter wachsen. Harry ist bald zwölf und Sie müssen beide lernen, dass es Konflikte geben wird, so wie sie ihn jeder Familie gibt. Gehen Sie diesen Konflikten nicht aus dem Weg, das ist alles, was ich Ihnen raten kann. Wir sehen uns nach den Ferien immer einmal in der Woche wieder. Harry braucht nur alle zwei Wochen zu Oliver und wird seine Therapie bald abschließen. Sie, Severus, brauchen noch Zeit. Aber Ihnen und Harry wird es gut gehen, das weiß ich. Schloss Terra. Severus atmete tief durch und nickte. Ich danke Ihnen für alles, sagte er. Dafür bin ich da. Und nun sollten Sie Ihren Sohn abholen, sagte die Frau und reichte Severus die Hand. Dieser nickte lächelnd. Mach ich und schöne Ferien, sagte er. Ihnen auch, wir sehen uns, sagte Terra und Severus verließ den Therapieraum. Er lief den Flur hinab und bog ab. Hier war der Gang in bunten Farben gestaltet und an der Decke zogen magisch Wolken dahin. Harry kam gerade an Olivers Hand aus einem Raum. Ah, schau, da ist dein Vater. Also, wir sehen uns nach den Ferien. Hab eine schöne Zeit. Sagte der Therapeut und wuschelte Harry kurz durchs Haar. Danke, Oliver. Bis dann. Sagte der Junge und rannte dann auf seinen Vater zu. Dieser hob den Arm zum Gruß und auch Oliver erwiderte den Gruß. Er wieder zurück in sein Zimmer ging. Hey, Dad, sagte Harry und lächelte. Na, Kleiner, wie war's? Gut. Was machen wir heute noch? Wollte Harry dann wissen. Hm. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Oder hast du schon Hunger? Fragte Severus und sah zur Uhr. Es war später Nachmittag. Aber dann als Hissa und Lucius in diesem Abend ausgingen, ehe Draco und drei Tagen aus der Schule kamen, wären sie zum Abendessen ohnehin allein. Nein, was sehen wir uns an? Fragte Harry aufgeregt. Warte es ab und nun komm, sagte Severus und nahm die Hand des Jungen. Als sie vor dem Mungo standen, führte er Harry in eine ruhige Seitenstraße und legte seine Arme um ihn. Bereit? Fragte er und nach einem Nicken des Jungen waren sie verschwunden. Als sich der Schwindel legte, sah Harry sich um. Sie standen auf einer gepflasterten Straße inmitten eines Dorfes. Es schien eher klein zu sein und niemand war zu sehen. Es roch nach Gras und feuchter Erde. Wo sind wir? Wollte Harry wissen. Das hier ist Godric's Hollow. Hier starben deine Mutter und James Potter. Sagte Severus mit brüchiger Stimme. Harry, der inzwischen um die Rolle von James Potter wusste, schluckte schwer und sah sich wieder um. Komm. Sagte Severus dann und führte ihn weiter. Sie kamen an einen freien Platz, in dessen Mitte ein großer Obelisk stand. Ein Kriegsdenkmal, wie es schien. Als Harry und sein Vater näher kamen, verwandelte es sich in eine Statue, die drei Menschen zeigte. Eine Frau mit einem Kind auf dem Arm und ein Mann, der schützend vor ihm zu stehen schien. Auch Severus sah dies zum ersten Mal. Harry ging fasziniert darauf zu und las die Inschrift, welche auf einer Messingplatte stand. In Erinnerung an Lily Potter, die ihr Leben für ihr Kind gab, und an James Potter, der seines gab, um beide zu schützen und die Liebe seines Lebens zurückließ. Er sah zu seinem Vater, der vollkommen sprachlos das Denkmal betrachtete. »Dad, wer war die Liebe seines Lebens? Mom?« riss Harrys Frage den Mann aus seinen Gedanken. »Nein, nein, es war ein Mann. Serious Black, ich hatte dir von ihm erzählt.« sagte er und nahm wieder Harrys Hand. Dieser nickte. »Komm, wir gehen weiter.« sagte Serious dann und zog seinen Sohn weiter durch den Ort. Das Haus, in dem Lily starb, ließ er aus. Er wollte es nicht noch mal sehen, so schwer war es, wieder herzukommen. Vor dem kleinen Friedhof blieb er kurz stehen und ging vor Harry in die Hocke. »Willst du es sehen?« fragte er sacht und Harry sah zu dem Friedhof und verstand. »Ja, bitte« sagte er leise und Serious nickte. Sie betraten das Gelände und liefen schweigend durch die Gänge. Serious hoffte, er erinnerte sich richtig und bald sah er den weißen Grabstein, der ganz am Ende des Friedhofs stand. Sie blieben davor stehen und Harry hockte sich vor das unscheinbare Grab. »Der letzte Fein, der zerstört werden wird, ist der Tod.« las er. »Dad, können wir also eine Blume oder so?« fragte er dann unsicher und richtete sich auf. Sofort nickte Serious, ließ zwei Linien erscheinen und gab sie Harry. Dieser legte sie sacht auf den Grabstein. »Hallo, Mom. Hallo, James.« flüsterte er, ehe er wieder zur Serious ging. Dieser strich ihm sacht über den Kopf. »Können wir öfter mal herkommen?« fragte Harry dann. »Wenn du das willst?« sagte Serious und Harry nickte. »Dann machen wir das und nun komm.« sagte Serious und als sie sich umwandten, kamen zwei Männer Hand in Hand auf sie zu. An der Hand des einen lief ein vielleicht sechsjähriger Junge. Serious entkam es dem einen der beiden. Ein Mann mit honigblonden Haaren und feinen Narben im Gesicht, der nun erst zu Serious sah, er Harry musterte, der sich etwas hinter seinem Vater versteckte. »Harry?« fragte der andere Mann sagt. Dieser war etwas kleiner als der andere, hatte dunkle, schulterlange Haare und einen gepflegten Bart. »Hallo, Black, Lupin«, sagte Serious etwas steif. »Ich heiße inzwischen ebenfalls Black. Das hier ist unser Sohn Alexander. »Elec, Schatz, das sind Serious und Harry. Weißt du, wir haben dir doch von Harry erzählt.« sagte Remus sacht und der kleine Junge mit den blonden Haaren und tiefblauen Augen nickte. »Hallo!« sagte er dann schüchtern und sah zu Harry, der lächelte. »Hallo!« erwiderte dieser und kam etwas näher. »Wir hatten nicht erwartet, dich oder euch hier zu treffen«, sagte Serious sichtlich überfordert. »Nun, es ist auch das erste Mal, dass wir hier sind. Harry, das sind Serious Black und sein Mann Remus,« sagte Serious und die beiden Männer nickten. »Serious? Sie sind der Mann, der James verloren hat?« fragte Harry und sofort legte sich ein trauriger Zug auf Serious' Gesicht. »Ähm, ja, ja, das ist lange her,« sagte er und konnte seinen Blick von dem Kind kaum lösen. »Daddy, ich hab Hunger!« jammerte nun Alexander an Remus' Hand. »Ja, wir gehen sofort. Leg schnell deine Blume hin und dann können wir,« sagte der Mann lächelnd. Erst jetzt erkannte Severus die Sonnenblume, die Alec schon die ganze Zeit überhielt. Dieser löste sich nun von seinem Vater und legte die Blume auf das Grab. Remus stieß Serious in die Rippen. »Ja, ähm, sagt, habt ihr Lust, bei uns zu Abend zu essen?« fragte er und nahm Alexanders Hand. »Oh ja, ich kann Harry mein Zimmer zeigen,« jauchzte Alex. Severus sah zu Harry, der sofort nickte. »Ja, also sicher,« sagte er dann und Remus und Sirius nickten. »Kommt, wir wohnen nicht weit entfernt,« sagte Remus dann. Severus nahm Harrys Hand und folgte den Männern. Er war überfordert, zum einen die beiden nach all den Jahren wiederzusehen und zum anderen sie als Familie zu erleben mit einem Sohn und offenbar verheiratet. Er merkte kaum, wie sie vor einem Haus etwas außerhalb des Ortes stoppten. Es war ein kleines, gemütliches Bauernhaus am Rande des Waldes. »Komm doch rein,« sagte Sirius dann und öffnete die Haustür. Alexander rannte sofort rein, zog sich die Schuhe aus und stand auf der ersten Stufe einer Treppe, die offenbar nach oben führte. »Kommst du mit, Harry?« fragte der Junge und Harry sah zu seinem Vater, der aufmunternd nickte. »Geh ruhig, ich ruf dich dann,« sagte er sacht und strich ihm kurz über die Haare. »Alex, wenn es Essen gibt, dann kommt ihr bitte,« ermahnte Remus seinen Sohn. »Ja, Daddy,« sagte der Junge und lief, gefolgt von Harry in den ersten Stock. »Wollen wir etwas auf die Terrasse gehen? Möchtest du ein Glas Wasser?« fragte Sirius sichtlich überfordert. »Sicher, das wäre nett,« sagte Sirius etwas verunsichert. »Na schön, dann geht schon mal, ich bin gleich da,« sagte der Black und Remus führte Severus in den kleinen, verwilderten, aber wunderschönen Bauerngarten. »Setz dich doch,« sagte er und räumte schnell ein paar Spielsachen vom Terrassentisch. »Danke,« sagte Severus und nahm Platz, als auch schon Sirius aus dem Haus kam und eine Karaffe mit Wasser auf den Tisch stellte. »Schön ist es hier,« sagte Severus, um irgendwas zu sagen. »Ja, danke, aber ich denke, das war genug Verkrampftheit für heute. Es ist wirklich schön, dich, also euch zu sehen,« sagte Remus dann und Severus nickte. »Ja, mir war nicht bewusst, dass ihr, also hier und, dass wir hier wohnen und das zusammen?« fragte Sirius lächelnd und nichts erinnerte mehr an den Sirius Black, den Severus kannte. »Ja, auch du und James. Ich weiß es erst seit ein paar Monaten und mir tut das alles und es ist wirklich leid,« sagte er dann. »Dass du ein Arsch warst?« »Serius?« er mahnte Remus seinen Mann. »Schon gut, er hat ja recht. Ja, ich war ein Idiot in vielerlei Hinsicht und Harry musste das allzu lange spüren,« sagte Severus dann. »Wie meinst du das?« fragte Remus und Severus erzählte stockend von den letzten Jahren und Monaten. Als er geendet hatte, blieb es still zwischen den Männern. Sirius war der Erste, der sich räusperte. »Ähm, es geht ihm gut?« wollte er wissen. »Ja, ja, es geht ihm gut. Sein Therapeut ist sehr zufrieden,« sagte Severus. »Und du?« »Wir geht es dir?« fragte Sirius und Severus sah ihn überrascht an. »Ähm, mir geht es besser. Viel besser als noch vor Monaten. Aber mir ist wichtig, dass es Harry gut geht. Alles andere ist nicht so wichtig.« »Das sehe ich anders. Harry geht es jetzt gut, weil es dir gut geht. Er liebt dich, das sieht man.« »Es scheint, als hättest du viel gelernt.« »Weißt du, Severus, wir haben beide oft diskutiert und wollten euch besuchen. Wie oft standen wir vor der Apotheke, als du da noch angestellt warst. Aber wir fanden nie den Mut. Sirius wollte Harry zu sich nehmen, nachdem Lily und James starben. Aber er wusste, dass du das Kind tief im Innern lieben würdest. Und er zu dir gehörte. Zu hören, wie schlecht es ihm ging, ist nicht leicht, aber du scheinst aus all dem viel gelernt zu haben und... Und auch wir haben Fehler gemacht. Fehler, die dich von Lily erst entfremdet haben. Und daher geben auch wir uns die Schuld. Übernahm Sirius das Wort von Remus. Severus nickte und sah in die Ferne dorthin, wo das Grundstück endete und der Wald begann. Meine Therapeutin sagte, ich muss verzeihen können, auch mir, das ist schwer. Aber nur wer verzeihen kann, kann auch lieben. Sagte er dann. Weise Worte, sagte Remus lächelnd und Severus wandte ihm den Blick zu. Nicht von mir, sondern von jemandem, ohne den Harry vielleicht nicht mehr leben würde. Wer war das? Wollte Sirius wissen. Argus, sagte Severus schlicht. Argus, Argus Filch? Wollte Remus wissen. Ja, er erkannte als erster, wie schlecht es Harry ging. Er redete mit ihm, gab ihm Halt und Schutz. Etwas, das ich nicht konnte. Das alles ist mir erst in den letzten Wochen wirklich klar geworden, sagte Severus. Tja, so kann man sich in einem Menschen irren, sagte Sirius. Ja, so scheint es. Aber nun würde mich sehr interessieren, wie das zwischen euch passiert ist, sagte Severus und Remus sah zu seinem Mann, welcher nickte. Nach James und Lees Tod, da hatten wir nur noch einander. Es war schnell klar, dass Peter sie verraten hatte. Sirius gab sich die Schuld, weil er an dem Abend nicht da war. Er, er war bei mir. James und er hatten sich schon kurz nach Harrys Geburt getrennt. Sie liebten sich, aber eher wie man einen Bruder liebt. Das wurde ihm irgendwann klar. Ich war schon seit unserer Schulzeit in Sirius verliebt, traute mich aber auch wegen James nie, auf ihn zuzugehen. Nach der Trennung der beiden verbrachte Sirius viel Zeit bei mir und naja, irgendwann kam eines zum anderen. James freute sich wirklich für uns und dann, als sie starben, da fielen wir beide in ein Loch, aber wir zogen uns gemeinsam wieder heraus. Wir fanden dieses Haus und es war, als würden wir so in ihrer Nähe bleiben. Sirius begann im Ministerium zu arbeiten und ich als Bibliothekar. Und dann kam Alexander in unser Leben. Er lag eines Morgens im Decken gehüllt vor unserer Tür. Bei sich hatte er nur einen Zettel, auf dem stand, mein Name ist Alexander, ich bin ein Zauberer, habt mich lieb. Wir suchten lange nach der Mutter, aber sie schienen wie vom Erdboden verschluckt. Wir nahmen ihn zu uns, adoptierten ihn dank Sirius guter Kontakt im Ministerium und heirateten kurz nach seinem zweiten Geburtstag. Vor ein paar Jahren erfuhren wir durch Zufall, dass seine Mutter und auch sein Vater abhängig von einem bestimmten Zaubertrank waren. Sie starben gemeinsam an einer Überdosis. Das heißt, ein paar Wochen alte Baby wurde von einem entfernten Onkel neben seinen toten Eltern gefunden. Er nahm den Jungen an, sich und brachte ihn hierher. Er kannte mich aus der Bibliothek und wusste, wo ich lebte. So kam Alexander James Black zu uns. Schloss Remus Das ist, es ist wirklich schön und traurig zugleich, aber ich freue mich für euch. Ich denke, es ist endgültig an der Zeit, unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen. Sagte Severus und erhob sein Glas. Sirius lächelte und erhob das Seine, genau wie Remus. Auf eine bessere Zeit, sagte dieser dann und sie stießen an, während gleichzeitig helles Kinderlachen aus dem Haus erklang. Na, dann koche ich mal Nudeln mit Tomatensauce. Einwände? fragte Sirius und erhob sich. Ganz sicher nicht, sagte Remus und sein Mann drückte ihm einen Kuss auf, ehe er ins Haus ging. Das ist das Einzige, was er kochen kann, aber das gut, raunte Remus und Cerus und er lachten. Was habe ich gehört? Er tönte es aus dem Haus und verstärkte nur das Lachen der beiden Männer auf der Terrasse. 15 Jahre später Darling, langsam wird es Zeit, rief der knapp 27-jährige Harry Snape. Sie waren schon spät dran, wenn sie nicht die Letzten im Restaurant sein wollten. Im selben Moment kam sein Lebensgefährte die Treppe hinunter und schloss gerade seinen Gürtel. Sorry, aber den Krankenhaus Mief abzubekommen dauert immer wieder, sagte er. Harry schüttelte lächelnd den Kopf und vergrub sein Gesicht in den frisch gewaschenen Haaren des Jüngeren. Du riechst wunderbar, sagte er und drängte sich enger an den anderen. Ja, jetzt und lass das, sonst kommen wir nie weg, aber wir können das gerne heute Abend fortsetzen, raunte der blonde junge Mann. Harry trat zurück und seufzte. Na schön, dann los, sagte er und nahm die Hand seines Freundes. Sie verließen ihr Londoner Wohnhaus und traten auf die Straße. Das Wetter war für Anfang September erstaunlich mild und trotz der Dämmerung konnte man eine leichte Jacke tragen. Apparieren oder Taxi? fragte Harry. Apparieren, sonst kommen wir wirklich zu spät und dann kann ich mir was anhören, sagte der andere. Warum nur du? Ich sicher auch. Ja, aber es ist der Hochzeitstag meiner Väter. Ja, nur dass du vergisst, dass auch mein Vater und meine Stiefmutter da sein werden, sagte Harry grinsend und legte Alexander einen Arm um die Hüfte. Im nächsten Augenblick waren sie verschwunden. Im Nachhinein konnte keiner der beiden mehr sagen, wie und wann das mit ihnen angefangen hatte. Nach dem Sommer ihres ersten Treffens kam Harry nun häufiger nach Godricks Hollow und verbrachte Zeit mit Sirius, Remus und Alexander. Die beiden Jungen hatten sich trotz der sechs Jahre Altersunterschied von Anfang an mehr als nur gut verstanden. Als Alexander nach Hogwarts kam, war Harry bereits in der sechsten Klasse, aber das hielt sie nicht davon ab, auch in der Schule Zeit miteinander zu verbringen. Die Sommerferien verbrachten sie ohnehin fast immer zusammen am Meer. Sirius hatte dort ein Haus gekauft und seit ihrem ersten Treffen kam nun auch Sirius, Remus und Alexander im Sommer immer mit. Als Alexander 17 war und Harry gerade 23, trafen sie sich wie so oft in Alexanders Ferien auf einen Kaffee in der Winkelgasse. Harry hatte sich schon Jahre zuvor als schwul geoutet und Alexander, der seit Jahren in Harry verliebt war, riskierte an diesem Tag alles und küsste ihn. Von diesem Moment an konnte sie nichts mehr trennen. Harry war inzwischen Kinder- und Jugendtherapeut im St. Mungus und Alexander war Heiler geworden und arbeitete ebenfalls dort. Harrys Vater war seit fünf Jahren mit Tara verheiratet. Er hatte sich in seine Therapeutin verliebt und sie in ihn. So hatte Harry nun eine Stiefmutter, die er über alles liebte und einen Lebensgefährten oder besser gesagt verlobten. Gedanken verloren spielte er mit dem silbernen Ring an seinem Finger, während sie die letzten Meter zum Restaurant liefen. Woran denkst du? Wollte Alexander wissen. An nichts, nur sie werden es sofort sehen. Wollen wir Sirius und Remus heute echt die Show stehen? Wollte Harry wissen, als sie vor dem noblen französischen Restaurant standen. Alexander zog ihn an sich und küsste ihn verlangt. Ich will es ihnen sagen, denn ich liebe dich und dich zu heiraten ist alles, was ich will. Sie werden es verstehen. Sagte er dann und Harry lächelte. Sagt erwiderte er den Kuss und nickte dann. Ich liebe dich auch. Also los, lass uns gehen. Sagte er dann, nahm Alexanders Hand und gemeinsam betraten sie das Restaurant. Ende